So, da bin ich schon wieder zurück. Im Shop hat sich eigentlich nicht viel geändert, nur ihr seht schon, das Mesh-Up-Pop-Paket ist jetzt drin. Für alle die, die halt noch kein Rette die Welt haben, jetzt habt ihr halt die Chance, es wiederzubekommen. Aber, ich sag schon, glaube ich direkt, es wird keine V-Bucks-Aufgaben geben, so wie wir sie halt haben, die alten Hasen. Aber für 1500 V-Bucks, 16 Euro plus Spiel, plus Skin, plus Pickaxe, plus Rückenaccessoire, würde ich sagen, lohnt sich eigentlich schon. Bei mir ist es wieder eine andere Geschichte, ich würde dann 16 Euro bezahlen, nur für Skin, Pickaxe und Rückenaccessoire und natürlich die 1500 V-Bucks. Müssen wir einfach mal schauen, wir können uns die Items grad mal ganz schnell angucken. Ist halt, wie gesagt, einmal Rette die Welt mit drin, dann, achso, das hier sollen die Aufgaben darstellen, weil ihr müsst für die 1500 V-Bucks halt Aufgaben erledigen, in Rette die Welt allerdings. Dann bekommt ihr den Skin, das Rückenaccessoire und die Pickaxe. Wir gucken grad mal den Sound an. Boah, ist aber laut. Wie gesagt, also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Ich arbeite mich jetzt mal weiter durch die Season, fange jetzt gleich mit den ersten Aufgaben für euch an. Und in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit der neuen Season. Gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß und haut rein.